Ja, hallo liebe Livestream-Freunde, ich bin Satenshi und heute meine ganz kurze Ankündigung und zwar wird es samstags wahrscheinlich keinen Livestream geben, beziehungsweise muss ich mal schauen, denn ich werde mit einem Kumpel zusammen auf die DidiQ gehen, das ist eine Anime-Manga-Convention in Dresden und ich bin ja damals immer, also öfters mal auf solchen kleinen Conventions gewesen oder teilweise auch auf größere Leipziger Buchmesse zum Beispiel und habe halt immer Fotos gemacht und alles, aber diesmal habe ich keine Kamera, ich habe ja meine bessere verkauft und meine alte, da fehlt ein Akkudeckel, deswegen kann ich die nicht verwenden, aber theoretisch kann ich da vielleicht Videos machen, vielleicht nehme ich was auf, damit ich dann irgendwas zeigen kann, keine Ahnung, muss ich mal gucken, wie ich halt lustig bin und ja, der Livestream ist halt das Problem am Samstag, ist das ja und die Frage ist, wann komme ich zurück, also es kann sein, dass ich, wenn ich Bock habe, dann abends, nachts dann nochmal einen Stream anmache, einfach mal irgendwie geschillt was streamen oder so, weil das ist eine anderthalb Stunden Fahrt mit dem Zug, das heißt, wenn wir, keine Ahnung, das geht theoretisch bis 22 Uhr, ich weiß nicht, wann wir zurückfahren wollen, wenn wir 18 Uhr zurückfahren, dann sind wir 19.30 Uhr wieder hier, da könnte ich theoretisch nochmal streamen, wenn wir 19 Uhr fahren, dann bin ich halt 20.30 Uhr hier, da könnte ich auch nochmal den Stream anmachen, dementsprechend kann es sein, dass ich noch was streame und wahrscheinlich werde ich dann einfach sowas wie Gear Up oder sowas machen, irgendwas Schilliges, irgendwas Schilliges, ne, das würde ich euch nur gesagt haben, also es steht nicht hundertprozentig fest, ob ich nun streame oder nicht, das werden wir dann sehen und für alle da aus Dresden oder Leipzig oder keine Ahnung oder vielleicht gibt es jetzt sogar den einen oder anderen, der da hingeht, ich möchte es aber fast schon bezweifeln, das ist eine etwas kleinere Con, ja, dann würde ich sagen, da sehen wir uns dann dort irgendwie, gut, dann, würde ich sagen, ich war der Tenji hier auf unserem Ups-Kanal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, vielleicht beim Streamen oder halt vielleicht sogar dort, wir werden es sehen, keine Ahnung, bis dann, tschüssi! Zzzzzzzz